Große Hits, umstrittene Tanzbewegung und eine gelöste Verlobung. Es war ein wirklich ereignisreiches Jahr für Miley Cyrus und es wundert uns nicht, dass es sie nachdenklich macht. Die Sängerin zeigte ihre sanfte Seite während des Interviews mit Barbara Walters für die 10 faszinierendsten Menschen aus 2013. Sie sprach über ihre gelöste Verlobung mit dem Hunger Game-Star Liam Hemsworth und gab zu, dass die beiden es hätten etwas langsamer eingehen lassen sollen. Obwohl die 21-Jährige sich gerne nach außen hin stark zeigt, gab sie zu, dass sie Angst vorm Alleinsein hatte. Aber der Popstar gab an, dass es sich nun alles geändert hat. Sie hat endlich verstanden, dass sie niemand anderen braucht und endlich glücklich mit sich selbst ist. Miley vertraute ihr auch an, dass sie den australischen Schauspieler wirklich geliebt hat und auch die Verlobung nicht bereut. Sie sagte, es war lustig, einen so dicken Klunker für ein paar Jahre zu tragen. Miley wird jetzt alleine glänzen. Auf 2014!